Es ist nicht mal allzu lange hin und dann wird in Mecklenburg-Vorpommern der neue Landtag gewählt. Am 4. September 2016 ist das ganz genau der Fall. Und jetzt, Mitte August, schauen wir doch einmal auf die neuesten Umfragewerte. Und zwar Stand 14. August 2016 war das das Umfrageergebnis vom Meinungsforschungsinstitut INSA vom 12. August 2016. Schauen wir mal auf die Werte, die wir hier sehen. Die SPD käme demnach auf 24% und wäre die stärkste Partei. Die CDU liegt allerdings dicht dahinter bei 23%. Und dahinter ist die Lücke auch nicht so groß. Und dort liegen die Linke und die AfD mit jeweils 19% gleich auf. Ebenfalls in den Landtag zögen die Grünen ein mit 6%. Dagegen würde die FDP erneut den Sprung ins Parlament verpassen und die NPD würde aus eben jenem Parlament herausfallen. Das ist der Stand der Dinge vom 12. August. Und jetzt wollen wir mal natürlich gleich auch noch schauen, was das für die Koalition bedeuten würde. Aber bevor wir das machen, vielleicht ein paar ergänzende Worte zu der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Denn seit Oktober 2008 regiert dort Erwin Sellering von der SPD. Und die SPD macht das seit Oktober 2008 in einem Bündnis mit der CDU. Das heißt, es gibt hier eine große Koalition. Und 2011 konnte diese große Koalition fortgesetzt werden. Hier auf dieser Folie kann man auch noch mal unterhalb der Umfragewerte die Ergebnisse von 2011 sehen. Und da sieht man aber auch zugleich, dass die SPD im Vergleich zu 2011 jetzt der große Verlierer wäre. Denn keine andere Partei würde so einbrechen. Die SPD von 35,6% momentan bei nur 24%. Das sind mehr als 11% Punkte Verluste. Die CDU würde ja sozusagen stagnieren bei 23%. Das war 2011 das historisch schlechteste Ergebnis für die CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Und viel besser sieht es momentan für die CDU nicht aus. Es sieht also nach einer Stagnation aus. Aber was natürlich doch spannend sein könnte, sind auf jeden Fall zwei Fragen. Die eine ist, schafft es die große Koalition erneut eine Mehrheit zu bekommen? Und das zweite ist, bleibt in diesem Fall Erwin Sellering Ministerpräsident. Denn die CDU liegt ja gerade einmal nur einen Prozent dahinter. Und wer weiß, was dann bis zum 4. September noch passiert, würde die CDU zum Beispiel vorbeiziehen, würde sie ja dann in einer großen Koalition den Ministerpräsidenten stellen. Und das wäre Lorenz Cafier. Allerdings im direkten Duell würde Sellering klar die Wahl gegen Cafier gewinnen. Aber wir sehen es ja an der Stärke der Partei. Das wird möglicherweise noch ein enges Rennen werden. Und jetzt kommen wir mal zur Frage nach den Koalitionen. Denn was ist denn eigentlich möglich? Wir sehen ja unten dieses Sitzdiagramm. Und für all diejenigen, die sich jetzt wundern, warum denn Rot-Rot-Grün eine Mehrheit hat, also wenn man ja erst einmal Linke, SPD und Grüne zusammen addiert, kommt man ja auf 49 Prozent. Und das wäre ja eigentlich weniger als die nötigen 50 Prozent. Da muss man natürlich sagen, wir müssen ja FDP und NPD und auch die sonstigen rausrechnen. Das heißt, in diese Sitzverteilung fließen ja nur 91 ein. Also 91 Prozentpunkte. Und demzufolge genügt es, 45,5 Prozent zu haben, um genau die Hälfte dieser Sitze zu erlangen. Deswegen also hätte Rot-Rot-Grün hier in diesem Diagramm auch eine Mehrheit. Schauen wir mal erst einmal auf die Zweierbündnisse, SPD und Grüne. Das langt bei weitem nicht. Das sind gerade einmal 30 Prozent. Das ist also viel zu wenig. SPD und CDU, also die Große Koalition, wäre momentan noch möglich. Es wäre zwar eng, aber es würde genügen. Und somit wäre auch eine Fortsetzung der bisherigen Regierungskoalition denkbar. Die Frage ist natürlich, was die SPD machen würde, wenn sie hinter der CDU landen würde. Ob sie dann wirklich ins Bündnis mit der CDU gehen würde. Dann also mit dem CDU-Ministerpräsidenten. Oder ob sie dann nicht doch in ein Rot-Rot-Grünes Bündnis gehen würde. Das hätte ja momentan sogar noch ein paar Prozentpunkte mehr zur Verfügung. Und demzufolge könnte dann Erwin Sellering seine Position als Ministerpräsident in gewisser Weise retten. Das wäre also die Alternative. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, zumindest theoretisch, dass die SPD zusammen mit der CDU auch noch die Grüne ins Boot holt. Das wäre natürlich dann der Fall, falls die Große Koalition keine Mehrheit hätte. Und Rot-Rot-Grün vielleicht auch keine oder zumindest nicht gewollt wäre. Dann wäre ja die einzige logische und mögliche Koalition noch SPD, Grüne und CDU. Diese Koalitionsvariante scheint momentan relativ solide bei 53 Prozentpunkten zu stehen. Aber natürlich, die Grünen bei 6 Prozent sind noch nicht so gesichert, weit weg von der 5-Prozent-Hürde. Aber es sieht momentan so aus, als könnten die Grünen auf jeden Fall einziehen. Also, was man aber auf jeden Fall sehen kann, und das ist natürlich eine Folge der starken AfD, das liegt, was man also sehen kann, ist, dass die Mehrheiten im Gegensatz zu 2011 schwächer geworden sind. Die Große Koalition hatte 2011 zusammen 58,6 Prozent aller Stimmen und damit überhaupt keine Nöte gehabt, über den Verlust der Mehrheit nachzudenken. Auch Rot-Rot-Grün hatte 2011 nach der Wahl 62,7 Prozent der Stimmen. Jetzt wären das ja nur noch 49 und somit kann man sehen, dass schon eine gewisse Verschiebung nach rechts erfolgt ist, also von links weg. Und wir sehen ja gerade die SPD mit ihren 11 Prozentpunkten Verlust ist ja der große Verlierer. Die Linke würde ein bisschen besser dastehen, die Grünen verlieren auch ein bisschen, aber nicht so extrem wie die SPD. Und momentan also, und das zum Abschluss dieses Videos, könnte die Große Koalition fortgesetzt werden. Es wird also aber in zweierlei Richtungen spannend werden. Zum einen schafft es die Große Koalition, die Mehrheit hier zu bewahren, die sie jetzt noch ein bisschen hat, und schafft es dann Erwin Sellering, Ministerpräsident, zu bleiben. Aber insgesamt hat die SPD, auch wenn sie nicht die stärkste Fraktion werden würde, noch die bessere Position, weil sie die Alternative Rot-Rot-Grün hätte. Sondern die eine Mehrheit hat, hat die SPD noch in gewisser Weise alle Trümpfe in der eigenen Hand. Und es bleibt also auf jeden Fall spannend in Mecklenburg-Vorpommern. So, das soll es also zu Mecklenburg-Vorpommern gewesen sein. Es gibt dann, zwei Wochen später, noch eine Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Auch dazu gibt es ein Video mit dem aktuellen Stand der Dinge, das ihr unten in der Beschreibung verlinkt findet. Und wenn ihr euch gefragt habt, wie man eigentlich mit PowerPoint Sitzverteilungen darstellen kann und immer wieder anpassen kann, dann schaut auch nochmal in die Beschreibung. Dort habe ich mal ein Tutorial für solche Dinge angefertigt. Und dann schaut euch mal rein. Und dann schaut euch mal ein Tutorial. Und dann geht's mal ein Tutorial für solche Dinge.